You'll never close your eyes anymore when I kiss your lips. There's no tenderness like before in your fingertips. Seitdem Corona gekommen ist, trete ich nicht mehr auf und sehe meine Kollegen nicht mehr und wir vermissen uns alle. Das fehlt mir. Ich wollte immer eigene Songs machen, aber ich hatte keine Zeit, weil es war immer, nein, du musst Moves Like Jagger für nächste Woche lernen. Und das ist das mit Corona, dass ich jetzt Zeit habe, viel Zeit alleine. Und jetzt habe ich gedacht, dass ich auch Poems schreiben kann. Corona hat natürlich mein Einkommen weggenommen, aber zum Glück war ich schon in Rente gegangen. Ich habe gearbeitet mein ganzes Leben lang. Und natürlich habe ich auch von der Aktion der Regierung mit Corona, habe ich auch etwas davon bekommen. Und es hat mich sehr geholfen. Ich war froh, dass ich nicht als Künstler nicht in Amerika bin. Es gibt da kein Kunstlossozialkas. Auf einmal ist alles weg. Ich weiß nicht, wie die das machen. Für mich ist jetzt wunderbar, im Vergleich. Ich weiß nicht, was ich. Non. Cause maybe, something's beautiful st עם, bring back that love and feelin' Oh, that love and feelin', bring back that love and feelin' Now it's gone, gone, gone. Oh-oh-oh-oh